Die Kreuzzüge sind ein wichtiger Bestandteil der mittelalterlichen Geschichte und wir wollen uns in diesen und den weiteren Videos in dieser Videoreihe mal etwas genauer mit diesen Kreuzzügen auseinandersetzen. Bevor wir allerdings in die reine Ereignisabfolge einsteigen, das heißt, bevor wir uns anschauen, was in welchem Kreuzzug passiert ist, denke ich, ist es sinnvoll, erstmal eine Definition zu geben und uns die Grundlagen anzuschauen, das heißt, die historischen Grundlagen in dem Sinne, wie kommt es überhaupt zu Kreuzzügen und eben auch die theologischen Grundlagen, nämlich die Frage danach, wie versuchte man diese Kreuzzüge zu legitimieren. Was ist erstmal ein Kreuzzug? Ein Kreuzzug ist ein christlicher Heiliger Krieg, speziell natürlich im Mittelalter. Allerdings richtete sich dieser Kreuzzug nicht nur gegen Muslime, wie wir es heute meistens nur kennen. Also wir kennen meistens die Kreuzzüge, die man eben im Nahen Osten geführt hat. Man führte auch Kreuzzüge gegen alle möglichen anderen, zum Beispiel gegen die Balten, gegen die Mongolen, zum Beispiel aber auch gegen Heretiker, das heißt eben auch innerhalb Europas kam es zu Kreuzzügen gegen Andersgläubige, gegen Nichtchristen. Es richteten sich die Kreuzzüge teilweise auch gegen die griechisch-russisch-orthodoxe Kirche und auch gegen sonstige Papstgegner. Die Gründe für Kreuzzüge sind verschieden, hauptsächlich geht es eben um die Verteidigung eigener Rechte, also wenn zum Beispiel irgendwie die christliche Gemeinschaft Sorge davor hatte, dass ihre Rechte beschnitten werden, dann ging es darum, sich zu erheben und sich zu verteidigen und es ging um Rückeroberung vom Besitz, das heißt, wenn eben Landflächen verloren gegangen sind, dann ging es eben darum, diese wieder zu befreien. Das waren so die Hauptantriebe für die Kreuzzüge im Mittelalter. Klassischerweise gibt es sieben Kreuzzüge, eben diese Kreuzzüge, die sich dann im Nahen Osten abgespielt haben, beziehungsweise gegen Muslime. Der erste Kreuzzug 1096 bis 1099 und dann in regelmäßigen Abständen bis 1270, wobei man eben sehen kann, dass gerade im 13. Jahrhundert die Anzahl der Kreuzzüge höher ist als in den Jahrhunderten davor. Wer macht da eigentlich, bevor wir uns auf die theologischen Grundlagen stützen, wer macht da eigentlich bei so einem Kreuzzug mit? Das waren meistens Freiwillige, die teilweise auch mit einem Gelübde teilgenommen haben und man hat eben deswegen vor allen Dingen mitgemacht, weil der Papst Absolution versprochen hat von jeder Art von Sünde und somit war es eben auch sehr reizvoll, bei diesen Kreuzzügen mitzumachen. Damit schauen wir uns jetzt mal die theologischen Grundlagen an, also wie versuchte man, diese Kreuzzüge zu legitimieren. Wichtige Theologen sind in diesem Zusammenhang Anselm von Lukka, Bonizo von Sutri und Johannes von Mantua. Anselm von Lukka ist der erste, den wir hier nennen wollen, dessen Werk ist es eben, sich mit dem Augustinus auseinandergesetzt zu haben, mit dem heiligen Augustinus von Hippo, einer der antiken Kirchenlehrer, die auch ein großes Gewicht eben auch im Mittelalter hatten. Er bringt in seiner Collectio Canonum, die um das Jahr 1080 erschienen ist, eben ein Werk heraus, das sich mit Augustinus von Hippo auseinandersetzt und dort wird auch die Gewalttheorie des heiligen Augustinus wiedergegeben. Der heilige Augustinus sagt, dass Gewalt dann legitimierbar sei, wenn die Liebe der Antrieb ist. Das mag im ersten Moment etwas verwirrend klingen, aber man sollte sich das wie folgt vorstellen. Wenn man jetzt einen Sünder hat, also einen, der sich nicht im Christentum bekennt oder in anderer Weise gegen das Christentum handelt, dann ist es so, dass dieser ja seinen Seelenheil verspielen tut in diesen Momenten, indem er eben Sünder ist. Und jetzt kommt eben die Gewalt ins Spiel. Wenn mein Antrieb die Liebe ist, dann wende ich zwar Gewalt an gegenüber den Sünder, aber ich will ja nur, dass er sich dann zum Christentum bekehrt und so seinen Seelenheil rettet. Also indem ich Gewalt anwende, wird oder ist dann die Hoffnung eben, dass der Sünder wieder zum Christ wird. Und dann ist es ja eigentlich eine Liebestat von demjenigen, der Gewalt anwendet, weil ja derjenige, der vorher ein Sünder war, durch seine Bekehrung seinen Seelenheil wieder erlangt. Das ist so die Denkstruktur. Allerdings sagt Augustinus von Hippo auch klar, dass nur ein Vertreter Gottes legitimiert ist, zur Gewalt aufzurufen. Also man kann jetzt nicht einfach Gewalt anwenden. Bonizo von Sutri ist dann derjenige, der vom Märtyrertum spricht, in der Schlacht um der Gerechtigkeit willen zu sterben. Also im Grunde sei es ein großes Verdienst für das Christentum im Kampf eben zu sterben. Johannes von Mantua ist dann derjenige, der dritte Theologe, der sagt, dass der Papst die Autorität habe, Ritter aufzurufen. Und damit, wenn man alle drei jetzt zusammennimmt, ist es eben so, dass der Papst eben derjenige ist, der entscheidet, ob man nun einen Kreuzzug vollführen darf oder nicht. Allerdings, bis hierhin ist immer noch kein Krieg legitimierbar und das ändert sich erst im Zuge des sogenannten Investiturstreites in der Auseinandersetzung zwischen Kaiser Heinrich IV. und Papst Gregor VII. Papst Gregor VII., der im Kampf gegen den Kaiser ist, ruft unter anderem Mathilde von Tustien dazu auf, in den 1080er Jahren Krieg zu führen gegen Heinrich IV. und er stellt ihr eben die Vergebung aller Sünden in Aussicht. Das ist sozusagen das Grundmoment, wo jetzt eben die Vergebung der Sünden ins Spiel kommt für die Ausführung eines Krieges. Allerdings, immer noch muss man sich fragen, worauf beruft sich jetzt Papst Gregor VII.? Er macht das mit einer biblischen Perikope, also einer Bibelstelle aus den Evangelien. Bei dieser Bibelstelle handelt es sich um die Festnahme Jesu. Bei dieser Festnahme ist es Petrus, der sein Schwert herausholt und je nach Evangelium sogar auch zu einer Gewalttat schreitet. Jesus sagt ja dann darauf hin zu Petrus, er soll das Schwert wieder in die Scheide stecken. Nun ist es so, dass der Papst sagt, hätte Jesus gewollt, dass man völlig gewaltfrei ist, dann hätte er zu Petrus gesagt, wirf dein Schwert weg. Dadurch, dass Jesus aber sagt, steck dein Schwert in die Scheide, ist eben auch der Papst, der sich ja als Stellvertreter Christi sich berufend aber auf Petrus sieht, sieht sich jetzt eben der Papst als legitimiert über den Gebrauch des Schwertes zu entscheiden. Ich denke, es ist relativ leicht zu sehen, dass diese Deutung sehr gewagt und eigentlich auch nicht zulässig ist. Allerdings, man mag jetzt eben die Frage aufwerfen, warum hat sich denn keiner im Mittelalter eben dagegen erhoben, gegen diese Art von Deutung? Dagegen sprechen eben zwei Sachen und die muss man einfach auch mal klar benennen. Die erste Sache ist, nur wenige konnten eben Latein. Das heißt, nur wenige konnten die Bibel überhaupt lesen und verstehen. Und das Zweite ist, dass bis weit in die frühe Neuzeit, und das ist ja auch noch zur Zeit der Reformation so, dass in der christlichen, in der katholischen Kirche der Papst die höchste Autorität über die Bibelauslegung hat. Das heißt, der Papst legt die Bibel so aus, wie er sich für richtig hält und man kann dagegen, da er die höchste Autorität hat, nicht vorgehen, denn das, was der Papst sagt, ist eben das, was auch richtig ist. Und deswegen, wenn Papst Gregor eben diese Stelle so deutet, wie er sie deutet, dann konnte eben kein anderer Theologe dagegen vorgehen. Selbst wenn er es wollte, die Autorität des Papstes war eben höher als die Autorität desjenigen Theologen. Jetzt noch zu den historischen Grundlagen. Historisch bedingt werden die Kreuzzüge zum einen durch den Aufstieg der Seltschuken in Kleinasien, sie erobern Jerusalem, Syrien, sie besiegen Byzanz und damit haben sie eben jetzt schon eine relativ große Macht im Nahen Osten. Vor allen Dingen eben, dass Jerusalem verloren geht, ist für die Christenheit sehr tragisch. Byzanz selbst hat Probleme im Reich selbst und Kaiser Alexios I., der Herrscher von Byzanz, erkennt eben die Schwächen seines Reiches und richtet sich jetzt an den Westen und bittet um Unterstützung im Kampf gegen die Seltschuken. Kaiser Alexios stellt den Westen und damit auch den Papst in Aussicht, dass die Kirchen sich wieder vereinigen können. In der Zwischenzeit kam es ja zum großen Schisma zwischen der katholischen Kirche und der griechisch-russisch-orthodoxen Kirche und eben Kaiser Alexios bietet oder stellt zumindest eine Wiedervereinigung in Aussicht. Papst Gregor VII. ist es dann, der tatsächlich auch den Plan verfolgt, einen Kreuzzug stattfinden zu lassen, um die orientalischen Christen zu unterstützen. Allerdings ist zu dieser Zeit noch die Auseinandersetzung zwischen ihm und Kaiser Heinrich IV. voll im Gange und so ist es der Investiturstreit, der eben verhindert, dass bereits 1074 ein Kreuzzug ausgerufen wird. Und so ist es erst Papst Urban II., also 21 Jahre später erst, derjenige, der dann auf der Synode von Clermont zum ersten Kreuzzug aufruft und diesen ersten Kreuzzug schauen wir uns dann in einem anderen Video genauer an.